Ein herzliches Willkommen und Hallo zu AmitPaddle, Let's Play DarksHares 2, ich bin der SimCMafiaX, wir müssen hier den Hammer gerade bergen von unserem guten Freund, ich weiß nicht wie er heißt, zumindest beim letzten Mal haben wir die Schmiede wieder hergestellt und uns wurde ein Schlüssel der Schaffer gebaut, mit dem es uns nun möglich ist, die Wächter zu schaffen. Wenn ich noch einen Darkshares 1 hände, das waren immer die Typen, die uns im Weg gestanden sind, zweimal, und wo wir dann immer erstmal irgendwelche dummen Aufgaben erfüllen mussten, damit sie verschwinden. Sehr nervige Zeitgenossen, um ehrlich zu sein. Aber egal, so, jetzt machen wir hier eine kleine Zeitquest, deswegen haben wir eh so einen Bonustungeon, da waren wir ja vor zwei Parts, glaube ich, eh schon gestanden und da haben wir uns überlegt, dass wir das machen und jetzt sind wir eh voll mittendrin, weil wir den Hammer hier von dem Bruder von der guten Eila hier finden müssen. So, ich darf doch da hochschwimmen? Jetzt sind alle level 50 oder so die Gegner. Machen wir jetzt alle plappen jetzt überheben. Das wäre jetzt echt lustig, man. Da steht ja nie mehr seine level Empfehlung. Aber wenn die jetzt echt zu level 20 oder so sind, dann muss ich mir doch ja besser Sorgen machen. Ja, level fügt man es. So. Alter, immer wenn wir den machen, wenn wir den Hammerheap machen, dann können wir die Gegner hier sofort wegfetzen, das ist ja awesome. So, der gefällt mir. Aber ja, vom Boss bekommen die Waffe, also muss ich natürlich gut sein. So, also wir brauchen jetzt erstmal hier eine Kugel, um da vorbeizukommen. Müssen wir später nochmal hin, denke ich. So, da lang oder da lang? Hat sich erübrigt, die Frage. Tauch! Es ist gar nicht mehr so leicht, wenn man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, wo man hinschwimmen muss. So. Ach, ich kann ja gar nicht weiter. Wartet mal, gehen wir mal auf Tauschstation. Da ist auch nichts. Hm, ja das Problem ist, dass es natürlich sinnlos ist, wenn ich da, ich kann da jetzt schon wieder hoch, aber das bringt mir im Endeffekt ja nichts. Jetzt bin ich da, wo ich angefangen habe. Super. Ähm, okay. Erste, erste Area. Ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass ich das hier niemals gemacht habe, also da bin ich mir 200% sicher. Das heißt, wir müssen hier mal wirklich denken. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber, da hinten sehe ich schon mal was Sinnvolles. Was ich schon fast übersehen hätte. Eine Map wäre das, wäre so toll. Okay, das ist schon mal sehr gut. Weil, ähm, meine Frage war nämlich gerade, wo ich jetzt überhaupt hingehen muss. Weil es hätte schon sein können, dass das der einzige Weg ist und dann hätten wir uns jetzt nach so einem schönen explosiven drum umschauen müssen. Aber wahrscheinlich geht es auch noch woanders weiter. Aber ich sehe ja auch nichts. Das Problem ist, ich wüsste auch nicht mal, wenn. Vielleicht gibt es hier irgendeine Fähigkeit, wie man die irgendwann mal selber kaputt machen kann oder so. So, jetzt schauen wir erstmal kurz auf die Map. Weil, ihr seht, es gibt im Endeffekt nur die beiden Gänge. Da sind wir gerade lang geschwungen. Das Problem ist, da gibt es keinen Verbindungsweg. Ich kenne mich doch aus in dem Spiel. So, Gott. Hier müssen wir uns ein bisschen Kletterkünste mal zeigen. Hammer. Unendlich davon. So, mir macht das natürlich. Wir haben immer noch keinen Secret gefunden. Kriegt gleich panische Schnappatmung hin. Sammeln alle sieb. Sieb sein. Hoffe ich. Sack. Und platt. Drin, drin. Die Musik ist außer Mann. Ich finde die Musik von Darkseid 2 richtig geil. Also, im Soundtrack haben sie sich schon einiges einfallen lassen. Ja, und was nun? Ich glaube, ich komme hier nämlich nicht weiter. Schade. Weil, ich weiß, es gibt hier ein Item, mit dem man Sachen aus weiter Ferne nehmen kann, ohne um zu viel zu spoilern. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das hier brauchen und ansonsten kommen wir nicht weiter. Ja, schade Schokolade, dann. Hat sich das jetzt erst mal erledigt? Und dann müssen wir gleich zur nächsten Aufgabe gehen. Das finde ich sehr schade. Weil, wie gesagt, also, so viel kann man ja spoilern. Es gibt, wie gesagt, ein Item, mit dem man Sachen heranziehen kann. Und... Das bräuchten wir unbedingt da. Ansonsten komme ich ja nicht weiter. Ich kann ja schlecht darüber hüpfen. Da, wenn ich es drauf schließe, bringt das ziemlich wenig. Und sonst gibt es halt nichts, dass du etwas fehlst. Auch, selbst wenn ich es hoffe, darüber zu hüpfen, das bringt mir im Endeffekt auch nichts. Nee, das ist immer... Das ist immer leider hier falsch. Dann ist mir das auch wurscht. Denn dann gehen wir weiter zur nächsten Hauptaufgabe. Wo die auch immer sein mag. Hä? Ach, wir müssen ja diesen Wächter suchen. Und der Wächter ist... Wo genau? Aufgabenliste. Finde den verlorenen Tempel. Ja, super. Wenn der Verlorene ist, wie kann ich ihn finden? Ach! Wartet. Ja, genau. Okay, wird einem sogar angezeigt. Das ist ja alles schön. Und zwar... Wir haben, glaube ich, schon mal so ein Steingrippe gesehen. Was wir wecken können wieder. Bin mir aber gerade noch mal sicher, ob das auch wirklich... Ob ich mir das nicht einfach nur einbilde. So. Also, dann sind wir wieder im Unterenvorstag. Können wir mal jetzt da weiter. Wir können ja jederzeit immer abbrechen. Das ist ja das Schöne am Spiel. Man kann sich einfach hin und her warpen ohne Ende. So, also wir waren hier schon mal. Und genau. Und da sind wir nämlich nicht hier weiter gekommen. Und die Kiste habe ich da übersehen. Das ist gar nicht gut, Max. Keine Kiste darf zurückgelassen werden. So, genau. Da haben wir den nämlich gesehen. Und damit haben wir nun einen Wächter an unserer Seite. Und dieser Wächter ist ziemlich cool. Nicht nur, weil er fett ist. Und... Man kann ihn nämlich auch einsetzen. Und dann kann er... Mit seinem schönen Arm... Wartet. Kann er dann hier... Einen Weg aufbauen. Ja, kann er anbringen. Passt. So. Der bleibt jetzt so. Und chillt er ein bisschen. Weiß ich gar nicht, was da ist. Schauen wir erstmal hier lang. Weil... Wie es tut... Okay, da ist zu. Da ist zu! Dann hat er das auch ganz schnell wieder erledigt, Mann. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch mit dem Bub reden. Aber ich weiß auch nicht, wo der ist. So. Und damit können wir nun weiter. Ja, gut. Das ist auch ein... Nette, neuer Rätselaspekt, der dann noch dazu kommt. Finde ich eigentlich ganz cool immer. Level 6. So. Also eine stärkere Variante von den Gegnern, die wir bis dato hatten. Aber wir sind auch stärker, Mann. Alter, schmeißt du mich, Mann? Mit dir schief. Niemand schmeißt mich einfach mit irgendwelchen Steinen. Mal ja gar nicht. So, ähm... Da ist ein Kistel. Und da ist... Eins von diesen lustigen Explosionsdingern. Dann klau ich mir doch einfach mal hier schon die Kiste. Irgendwann, der befindet sich... Ich lasse ihn jetzt sogar mal liegen. Ich weiß nicht, ob Haltrenke nachspawnen. Also, ob die verschwindet nachher Zeit. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen. Und hier war doch noch irgendwo... Okay, aber Schlaf. Schleim. So, ist hier noch irgendwie... Man muss sich immer ein bisschen umschauen, ob da irgendwie Secrets sind. Das sieht doch irgendwie so aus. Das könnten ja super schön Secrets sein, oder? Da. Schauen wir da. Immer... Über einfach mal... Mehr laufen. Lieber mal nichts gefunden, als... Dass wir... Irgendwann vorbeigelaufen sind. Da hinten könnte was sein. Aber ich glaube, so weit komme ich nicht hinter. So, dann klettern wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir richtig sind und nichts vergessen haben. Wartet mal kurz, bis gleich. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Wir sind schon wieder da. Und dann schauen wir, was nun weiter geht. Oh, Leute. Ich dachte, ich muss jetzt darunter springen. Wäre ein schöner Arschbomburg geworden. Nein! Mir fällt auf, wir sind im Spiel bis jetzt noch nicht gestorben. Ich würde das ganz gerne beibehalten. Also, ich meine, du bist der Tod. Also, ich weiß nicht. Holt dich der Sensenmann, wenn du stirbst? Oder gibt es da so deine Sensenmann... Sensenmann-Mami? Der ist ein cooler Titel. So, und... Bäh. So, dann gehen wir erstmal nach unten. Hallöle-Pöle. Gegner. So. Ob ich jetzt schlage und 100 Schläge abbekommen oder auflade und währenddessen meine Schläge abbekommen, haben wir es jetzt, ehrlich gesagt, wurscht. Kann eh nicht. Ohne Schaden. Also, ohne Schaden die Viecher abzu... Äh, zu besiegen ist, glaube ich, echt unmöglich. So, was haben wir da? Alles meins, 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 meins. Hallo, das ist meins. Alles gehört mir. So. Da ist eine Tür. Aber da habe ich noch eine Kistel aus Spät. Kistel. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Muss ich jetzt da lachen? Ich denke mal schon. Oh, das ist aber lieb. Lass mich einfach durch. Ähm, aber dann bin ich gleich noch erpichter darauf. Hier erstmal, so schauen wir hier. Ihr seht, da ist eine Kiste. Okay, da komme ich jetzt erstmal nicht dran. Und da gibt es einen Weg. Wenn ich mal kurz auf die Map schauen. Ähm. Sind wir eigentlich schon im Dungeon drin? Kann eigentlich sein, oder? So gehe ich mit meinen Renemann-Cardison, Mann. Spawns. Ist mir doch wurscht. Warst du das? Oder wollen wir noch ein paar? Ähm. Jetzt bin ich gerade unentschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier weitergeht oder das Rügen weitergeht. Weil hier Gegner spawnen würde ich jetzt. Nein, ich fahre eher annehmen, dass das hier weitergeht. Es ist doch schlimm, wenn man nicht weiß, wo man lang gehen muss. Und ich will alle Sequels finden. So. Aber hier geht es definitiv weiter. Also jetzt wurscht, komm. Wir können ja immer, wir können ja jederzeit zurückgehen. So, da la. Was bin ich hier? Wieso ist eigentlich jede Treppe kaputt? Wieso sind eigentlich immer nur die Treppen kaputt? Alles andere ist ein und frei. Nur die Treppen nicht. Okay, hier sehe ich jetzt definitiv der richtige Pfad. Sind wir zwar in 100 Sequels wahrscheinlich vorbeigelaufen, aber ist ja auch wurscht. Platz für einen Schlüssel. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Nun gut, Kahn. Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Okay, dann wieder Bur. Helfen müssen wir dir also schon wieder hier helfen. Ei, 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 ei. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Darkseiders 2. Ich nehme den jetzt an, fange ich mir zu wurscht. Und dann werden wir uns hier dem nächsten Tempel, so wie es aussieht, widmen. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.